Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. Sniper Elite 4. Ist da noch ein Gegner? Ah. Okay. Alles klar. Gut, ja, wir machen jetzt, ähm... Du bist nur mit dem Fahrzeug ausfindig machen. Auffindig? Ausfindig? Ausfindig. Ähm... Und, ja. Sorry, dass ich in der letzten Folge so ein bisschen ruhiger und, äh... Ja, ja, ein bisschen ruhiger war und wenig geredet hab. Ich sag erstens daran, dass ich mich sehr konzentriert hab. Oder ein bisschen halt konzentriert habe. Ähm... Zum anderen lag es daran, dass es halt recht spät abends war und meine Familie schon Penn war und ich deswegen dann leider nicht mehr so laut reden kann. Okay, da ist das Fahrzeug, wie ich seh. Okay. Ähm... Ja. Deswegen muss ich dann immer ein bisschen leiser sprechen und dann... Ist das wahrscheinlich dann halt auch so ein bisschen ein bisschen... Ich sag jetzt mal, ja, es ist die Stimmung im Let's Play allgemein oder im Video allgemein. Halt leider dann ein bisschen ruhiger. Und das tut mir auch leid, aber ich kann's dann auch nicht ändern. Ähm... Ich mein, im Prinzip kommt es ja hauptsächlich darauf an, dass ich hier Gameplay liefere. Und ich denke, das war der Fall. Würde ich jetzt nochmal schätzen einfach. Ähm... Vielleicht nicht unbedingt krass gutes Gameplay, aber zumindest ein bisschen Gameplay. Ähm... Ich glaube, ich nutze auch die... Tellermine. Ne, gar nicht. Das bringt mir ja gar nichts eigentlich. Ha... Ne, die Tellermine muss ja rauftreten, klar. Das ist so das Ding. Ich glaube, ich schalte erstmal hier ein paar Leute aus. So, den nach vorne zum Beispiel. Eine unserer Aufklärungsmaschinen. Ein Prototyp. Die Nazis dürfen die Wrackteile nicht finden. Ich muss sie zerstören. Nur wie? Meine Munition ist fast alle. Ja, das ist das Problem, dass meine Munition gerade fast alle ist. Deswegen hoffe ich... Ja, gut. Bistolen-Muni gefunden. Das ist sehr nice. Erstmal noch dich suchen. Vielleicht hat er noch ein bisschen was anderes. Ein Polen-Munition voll. Okay. Ich habe ansonsten, glaube ich, jetzt gerade nichts von ihm bekommen. Warum kann ich denn hier... Man, warum kann ich denn nun manchmal die... Jetzt könnte ich die Leiche fallen lassen. Jetzt wieder nicht. Okay, ich kann nur manchmal die Leiche fallen lassen. Manchmal nicht. Das ist ein bisschen ätzend. Aber okay. Ähm, gut. So, als nächstes den dort oder... Ich würde sagen, erstmal den da oben, ne? Ich glaube, der ist erstmal... Am safestmöglichen. Oh, der kommt, glaube ich, hier lang. Oh. Okay. Durchsuchen. Und ich glaube, hier oben kommt auch kein weiterer lang, oder? Vielleicht sollte ich die Leiche nochmal ein bisschen... Hier näher hinter Steine legen, oder so. Das... Stell ich mir ganz gut vor. Oh. Brief aus der Heimat. Okay. Wie kann ich das da eigentlich aufheben? Das glitzert so schön. Das würde ich halt ganz gerne nehmen, eigentlich. Aber okay. Dann halt nicht. Okay, den da unten. Okay, der ist weg. Alles klar. Oder er geht jetzt langsam weg. Ach, da ist das... Okay. Flugzeug. Ach, Flugzeug war das. Nicht Fahrzeug, ne? Oh Mann, bin ich dumm. Haben wir hier noch was? Ja, nice. Schön... Oh, Pistolen-Munition. Ja, nice. Davon habe ich halt echt wenig. Okay, ich glaube, den kann ich machen. Na, dreh dich mal noch ein bisschen. Genau. Ja, du hast aber Glück gehabt, Fettenschütze. Scheiße. Läuft! Ganz leise und auffällig. Da kommt noch einer. Da kommt noch einer. Okay, der geht da hoch. Okay, der geht da auch hoch. Ja, wenn ich jetzt hier von unten an den lang renne... Das müssen wir noch durchsuchen in der Zeit. Kann man ja machen, ne? Würde ich meinen. Jetzt noch die da oben ein wenig lautlos. Oh. Läuft. Okay. Einer ist da oben, einer ist hier unten. Okay. Ich glaube, ich kann mich hier hinschleichen. Genau. Sehr nice. Sehr nice. Lebig? Ja. Alles klar, gut. Dann haben wir die Mission auch geschafft, Leute. Sehr nice. Das ist gut. Bin ich zufrieden mit? Würde ich meinen. Ach so, und jetzt können wir dann nochmal den Piloten suchen. Das Gute ist, wir haben das Gebiet ja schon geräumt. Das ist halt das nice an der Sache. So, ich glaube, den Typen sehe ich nicht, oder? Doch. Okay. Das dürfte ja jetzt keiner mehr gehört haben. Weil es sind ja alle in der Nähe hier eigentlich tot. Deswegen. Okay. Er muss sich als erstes Pilot finden und erst das Flugzeug zerstören. Und dann den Piloten finden. Ist ja eigentlich, eigentlich ist das ja dumm. Weil hier habe ich ja jetzt alles gemacht. Oder hängt der hier irgendwo? Oder liegt der in irgendeinem Busch oder so? Ist der tot? Kein Plan. Wir werden ja keine... Kann ich hier irgendwie... Handy, das habe ich ja auch... Ja, das wird mir als abgeschlossen angezeigt. Okay, ich muss irgendwelche Hinweise finden, glaube ich, war das, ne? Ja, machen wir das mal eben. Vielleicht finde ich ja... Vielleicht habe ich da noch irgendwas übersehen in einem der Häuser. Oh, hier war was? Ne, das war der Taste, ne? Ja, zum Springen. Okay. Jetzt habe ich ja noch eine Nachricht übersehen oder so. Aber ich hatte ja eine eingesammelt, bin ich der Meinung, ne? Oh, Pistolenmoni. Ja, das ist natürlich nice. Alles klar. Ähm, ich habe da eben unten rechts auf der Karte noch was gesehen. Und zwar noch ein Fahrzeug, was wir nicht zerstört hatten. Vielleicht müssen wir das noch zerstören. Das kann auch noch sein. Ist ja immer alles noch möglich, ne? Das war da hinten irgendwo. In die Richtung da... Irgendwie. Schon ein Fahrzeug müssen wir eh noch zerstören. Ist da noch eine Mission irgendwo? Ich glaube, es war... Was ist das? Ne. Da oben irgendwo. Ne, da, da. Da habe ich eins gesehen. Okay. Ja, ach... Ah, okay. Schießen wir mal mal das Schrotze drauf. Lass uns zerstört, ja. Guck mal, jetzt haben wir hier wieder die Quest mit dem Piloten. Und jetzt ist sie wieder abgeschlossen. Hä? Hä? Ich gucke nochmal in das Haus da oben. Ich gucke jetzt nochmal in jedes Haus hier durch, Leute. Es tut mir leid. Aber ich würde die Quest schon ganz gern richtig abschließen. Weil immer wenn ein neues Event kommt, sag ich mal, haben wir diese Mission doch nicht abgeschlossen. Ich kann das Haus hier gar nicht rein, oder wie? Ne, okay. Das Haus ist unbetretbar. Das hier ein zerstörtes Funkgerät. Können wir auch nicht rein. Hier auch nicht. Hier können wir rein. Hier hatten wir doch, glaube ich, einen Typen hingeschmissen. Oh, hier ist noch was. Ja, drücke Eingabe, um Sammelobjekt anzusehen. Das will ich jetzt aber eigentlich nicht machen. Haha. Okay, dann hätten wir das Haus auch. Dann gehe ich da nochmal in diese... Ich weiß nicht, was ist das? Kirche? Ist das eine Kirche? Ich glaube schon. Dann gehen wir da nochmal kurz rein. Könnte ja auch noch was sein, was ich übersehen habe. Hier ist der Typ. Hier ist ein Verband. Okay, das ist schonmal nice. Gleichnam des abgestürzten Piloten. Ich muss an die Filmdose ran. Ja, die Filmdose können wir das nehmen. Diese Aufnahmen könnten unbezahlbar sein. Okay, ich hatte wirklich was übersehen. Alles klar, okay. Dann bin ich jetzt schlauer. Haha. Ähm. Hier oben ist noch ein Fahrzeug. Da würde ich gerne hin. Muss einfach hier runter und der fetten Straße dort folgen. Ah, da. Dann mache ich das so. Komm. Mach ich das so. Einfach mit dem Sniper raufschießen. Hätten wir das auch noch zerstört. Schön. Und jetzt. Würde ich gerne das Auto hier oben. Machen. Ist ja auch ein recht weiter Weg eigentlich, ne? Äh. Unten lang gehen. Oh, dass der im Laufen die Kamera so schwer dreht. Ist ein bisschen doof. Ich weiß noch nicht warum. Das ist eigentlich, Verliehe ich eigentlich nach einer Zeit irgendwie Leben oder so, wenn ich zu viel sprinte. Ich hoffe nicht. Und meine Ausdauer ist ja jetzt am Ende schon fast. Das dauert wahrscheinlich dann einfach nur länger, bis ich sie wieder normalisiere, oder? Ja. Ich glaube ich kann... Ich glaube ich kann sprinten, solange ich will. Oh ne. Jetzt kommen die Ränder schon. An die schwarzen Ränder. So, ich bin sehr erschöpft, wie es aussieht. Alles klar, dann mache ich es lieber nicht. Sprinte ich lieber nicht unendlich lange. Haha. Ja, hier oben war ich auch noch nicht, ne? Doch. Klar, hier habe ich die Wagen zerstört. So, jetzt kurz warten, bis meine Ausdauer sich wieder richtig regeneriert hat. Dann kann ich wieder ein Stückchen sprinten. Jetzt kann ich... Ach komm, ich sprint jetzt einfach wieder ein Stückchen. Ist hier oben noch was? Ne. Hier sind auch keine Gegner, wie ich sehe im Moment... Oh, doch. Da hinten Scharfstütze, oder wie? Okay. Oh. Sogar in der Tanne sitze ich gerade. So. Oh, ich wusste nicht, dass da oben Scharfstütze sitzt. Aber jetzt wissen die ja, dass ich hier bin, ne? Shit. Ah, ist halt doof, aber... Okay, hier kommt das Fahrzeug. Oh. Ist sogar ein Panzer, wie es aussieht. Alles klar. Wie kann ich den denn zerstören? Und vor allem, wo fährt der denn hin? Wo ich weiß ja, dass er hier über die Straße fährt, ne? Ja, wenn ich jetzt die Tellermine nehme... Und die hier platziere. Was ist das? Stolperdraht, ne? Stolpermine. Okay. Okay. Und S-Mine. Mal gucken. Kommt der jetzt wieder hier hoch? Ja, ja, okay. Jetzt kommt er wieder hoch. Ich geh nochmal ein Schrittchen weg. Guck mal, naja, Mine. Oder wo fährt der lang? Doch, doch. Er kommt wieder hoch. Okay, alles klar. Sehr gut. Das ist sehr, sehr nice. Kann ich beim Vorbeifahren nochmal darauf achten, ob ich da vielleicht irgendwas sehe, auf das ich schießen kann. Nee, der hat da keinen Tank oder so, ne? Wenn ich jetzt so ne Mine da hinleg? Shit. Ey, wie funktioniert die denn? Vielleicht habe ich keine Munition mehr. Ach nee, ich musste mit der Sniper glaube ich rausschießen, ne? Hä, oder wie muss ich den zerstören? Oh. Hab nichts gesagt, Leute. Ich, ähm, ja. Bin vielleicht ein wenig dumm. Aber das ist egal. Eine Bedrohung weniger für die Partisanen. Alles klar. Alles klar. Okay, so. Jetzt müssen wir Speicher zerstören und Sprengladung platzieren. Alles klar. Zerstören wir erstmal den Speicher. Würde ich sagen. Oh, da sind drei Leute. Oh, da sind drei Leute. Ich glaube da sind ja nicht hier unten lang. Einfach mal. Da hieße ich grad niemanden. Ja, da hinten sind ganz viele. Ich weiß nicht, ob die mich sehen. Scheint nicht so, ne? Einfach in den Speicher reinlaufen. Okay. Okay. Muss ich hier jetzt auch wieder einen Rucksack platzieren, oder? Kann ich den einfach so in die Luft jagen irgendwie? Okay. Den kann ich so in die Luft jagen. Wohre ich nicht. Okay. Haha. Okay, den Speicher habe ich. Ich weiß nicht, hier sind noch mehr Autos. Plus. Äh. Okay, das funktioniert. Fast keine Kugel. Nein, ich bin... Oh, ich bin aber auch dumm. Warum renne ich denn da in die Explosion rein? Okay. Okay, das war... Das war... Das war komplette Dummheit. Ich glaube ich habe gerade übersteuert. Es tut mir leid. Das war komplett retarded. Holy fuck moly, ey. Da reinschießen. Da reinschießen. Sie wissen, wo ich bin. Sie wissen, wo ich bin. Das ist nicht gut. Einmal weglaufen. Da reinschießen. Oh. Oh. Das ist nicht gut. Verstärkung ist nix gut. Okay. Und... Laufen. Ich will laufen. Lauf doch! Fuck. 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 Und runter, runter, runter. Und weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Wo muss ich jetzt hin? Was? Ich hab doch eine Sprengladung platziert. Oh Mann. Ja, das ist jetzt unlucky. Nicht jetzt, nicht jetzt, nicht jetzt, nicht jetzt. Hier ist meine letzte Position. Oh, ist das kacke. Was? Was? Okay. Okay. Oh. Okay, das hätte ich schon mal, dann muss ich jetzt erstmal weg. Hä, ich hab die Sprengladung noch platziert. Oder ist das noch nicht in die Luft geflogen? Shit. Das könnte es natürlich sein, dass das noch nicht in die Luft geflogen ist. Er weiß nicht, dass ich hier bin. Alles klar. Okay, die wissen alle, dass ich da bin. That's the thing. Nein, 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 nein. Du weißt es nicht. Oh, der weiß es. Aber die Leute wissen jetzt nicht. Okay, das ist gut. Zeit zu verschwinden. Ja, ja, ja. Lebe ich? Gute Arbeit, wenn ich so sagen darf. Oh, shit. Oh, shit. Okay. Okay. So, jetzt muss ich hier lang. Aber dem Zug folgen oder sollte ich? Ich glaube, ich renne. Er ist da hinter dem Baum. Hab dich genau gesehen, Boy. Okay. Oh, lol. Der Part ist schon ein bisschen lang. Gut, dann renne ich noch schnell einmal hier ein bisschen weg. So zu diesem Tunnel dahin. Und am Tunnel beenden wir dann schnell den Part. Würde ich meinen. Oh, nein. Die wissen nicht, dass ich da bin. Die wissen nicht, dass ich da bin. Nein, 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 nein. Du auch nicht. Scheiße. Oh, jetzt wissen die. Och, Mann. Egal. Die sehen mich immer noch. Der da vorne sieht mich irgendwie da vorne. Wer? Oh, nein. Ich dachte gerade wirklich, da ist irgendein Weg nach unten. Ich dachte es. Das war aber ein Fehler, das zu denken. Und voll, Punkt. Oh, hier beim Zug. Oh, Mama. Das ist doch jetzt doof, ey. Wo ist denn der Boy gerade? Egal. Oh, lol. Okay. Oh. Jut, jut. Das hätten wir auch. Wo konnte ich denn jetzt lagen? Das war hier, ne? Ja. Ja. Ja, 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 ja. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Du siehst mich gar nicht. Du weißt nicht, dass ich da bin. Oh. Okay. Okay, Leute. Ich glaube, wir haben es. Ich glaube, wir sind safe. Und in diesem Tunnel bleiben wir jetzt erst mal. Huh. Und beenden hier den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.